Taha Yassin Ramadan, auch Taha al-Jisravi, war ein irakischer Politiker. Er war der Sohn von irakischen Bauern. Nach der Mittelschule war er als Bankangestellter tätig. 1956 schloss er sich der Bad Partei an und hatte nach deren Machtübernahme im Jahr 1968 mehrere politische Positionen inne. Ab 1979 war er erster Vizepremier, dann Vizepräsident ab 1991. Auf seine Person wurden mehrere Mordhanschläge unter anderem zwei 1997 und einer 1999 ausgeführt. Nach dem Beginn des Irakkriegs und dem damit einhergehenden Einmarsch vornehmlich US-amerikanischer Truppen in den Irak zog sich Ramadan nach Mosul zurück. Dort wurde er am 19. August 2003 von Kämpfern der Patriotischen Union Kurdistan festgenommen und den US-Streitkräften übergeben. Im Juli 2004 klagte ihn die irakische Regierung wegen seiner Beteiligung am Massaker von Dutschail an und verurteilte ihn im November 2006 zu. Lebenslange Haft Ein Berufungsgericht verwarf dieses Urteil und verhängte die Todesstrafe. Am 20. März 2007, dem vierte Jahrestag der US-geführten Invasion, wurde Ramadan in einer Militärbasis im Norden Bagdads gehängt. Auf eigenen Wunsch wurde Ramadan in der Nähe von Tigrit neben dem Grab von Saddam Hussein beigesetzt. Fußnoten Donaupost Ehemaliger irakischer Vizepräsident Ramadan hingerichtet 20. März 2007 Kleine Zeitung Musik Musik